Alles war dann auf die schöne Bootstour durch die Everglades in den Park. Ach, da ist noch ein blinder Passagier, der auch mitfahren will. So, ihr könnt schon aufs Boot gehen. Ich komme gleich. Der Käpt'n ist auch schon da. Und dann geht es los. Ich glaube, da weiß Kupfer. Wenn du nicht mehr über die Offspray wissen, sind sie ein Migratory-Berder. Sie verlassen diese Bereich um Ende Juni und Juli. Ja, da sind welche drinne? Wir zurück hier im Oktober und November. Wenn sie zurückkommen zu diesen Nests, dann haben sie sie auf der ersten, ersten Basis. Ja? Ich komme doch mal raus. Jaaa! Oh, das ist er! Schön, was Großes kuppelt hier. Schön, groß. Herrlich. Wir fahren fast bis rein. Ah, super. Hat eine Länge von mindestens drei Meter und noch was. Jaaa! 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 Es blinselt. Es blinselt! Haha! Jetzt haben wir wieder den einen Seitenarm rein. ist ja schön ab sind sich in der sende ach der ist der größe alle gäbe das boot das wackelt der wackelt naja so was ist jetzt ja das ist er und wo haben wir die beiden uwe sein reich bambus 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 so block was i've seen on the river in a while und unser wasser wieder ja woher klar arbeiten ah ja ok